Hi Jungs! Oh Gott! Mörmeng! Er ist dazwischen! Was? Nein! Das will ich für den Ernst! Ich komme nie mehr raus! Sorry Mörmeng! Boah! Okay, ich glaube, es geht um. Ich glaube, ich... Hi Mörmeng! Moin Leute! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online zusammen mit dem neuen DLC After Hours und das Ganze mit dem kompletten Freedom Squad. Lasst eine Bewertung da und jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß! Ohhhh, es ist so schön schwitzig. So langsam fange ich auch an, diesen Schweiß richtig zu lieben. Sodass ich morgens aufstehe und mir denke, wo ist denn der Schweiß? Ah, da kommt er. 29 Grad ist ultra chill. Ich schwitze nicht mal stark. Also ich schwitze irgendwie gar nicht bei 29 Grad. 29 Grad schwitze ich nicht, Junge. Aber ab über 30 ist dann irgendwie plötzlich die Barriere. Alter, ich habe hier gerade irgendwie 26 Grad mit Klimaanlage an und ich schwitze trotzdem. Ich bin auch... Ich bin schwitzig und soll... Wir haben 28 Grad und das Spiel zu warten. Alter, English Dave ruft mich an, Leute. Das ist eine große Sache. Richtig gewaltig. Ich kann uns so nicht den... Ich kann uns den heißesten DJ besorgen, sondern das heißeste DJ-Paar auf dem Planeten, Tale of Us. Die Jungs sind Könige der Atmosphäre, Stars der Stimmung. Die sind einfach abgetaucht. Ah, aufgetaucht. Mann, ich will kein Geld mehr für dich, Scheffel. Lass mich... Lass mich freuen. Doch. Peng, peng, tot. Oh, die wurden so... Oh, kill. Ja. Wenn du was haben willst, sag's mir einfach, dann buche ich sie sofort. 100.000! Wir sind da gerade links geflogen. Wieso bin ich aus deinem Club geflogen? Ich buche sie, glaube ich mal. Großartig. Damit wäre alles geklärt. Bis auf eine Kleinigkeit. Ihre Anforderungen. Sie wollen unbedingt in einem Enlus-Staffort abgeholt werden. Wir können es uns nicht leisten, so einen teuren Schlitten anzumieten. Also müssen wir uns einen borgen. Zufällig steht so einer hinter... Ja! Ja, wir müssen hier gleich hin! Pindin, lass die Rampen... Du kannst es bei mir einsteigen. Achso, ja, ich steig bei dir hinten auf, Zombie. Latt mich mal ein. Achso, okay. Ja, warte, warte. Ich markiere dir das einmal. Ja. Oder uns. Und dann... Jetzt nicht ein. ...Serkobus-Surf-Mitarbeiter-Einst... Kann ich nicht. Ich kann keinen Mitarbeiter einstellen. Hilfe! Hi, Manuel! So ein Wahnsinniger neben mir. Du musst schneller sein. Oh Gott. Au! Oh! Oh! Outplayed. Da fliegt er, Alter. Hä? Okay, alles gut. Ich hatte eben gerade kurzzeitig Angst. Ein Harvok. Ah, nee, alles gut. Ich hatte kurzzeitig Angst, dass der Sound über diese Kamera kommt, meine Damen und Herren. Und dass da auf einmal Explosions sind. Pits? Hallo! Nee, alles gut. Okay. Begib dich zum Fahrzeugtransporter. Das hört sich nach einer Mission an. Hey! Zombie! Ja, ein bisschen Unterhaltung hier aufgefahren. Ja, da ist richtig was los. Schieß auf die Scharniere, um die Rampe zu lösen. Ja, ich guck nach hinten. Warte, da ist ein Helikopter. Da ist Lukas. Ich werde jetzt reinfliegen, mich oben. Zu viel Unterhaltung. Zu viel Spaß. Oh Gott, er ist... Minion! Okay, steig auf. Ich fahr. Hallo, ich bin gerade gestorben. Da ist Yatze. Ja, aber die tun nichts. Und Dark Laris. Die haben so ein tolles Auto. Nette GTA-Spieler? Oh. Sag das nicht zu laut. Ja, ich mach hier auch nochmal ein paar Tricks. Oh, dabei eine Rampe. Oh, nein. Wie kannst du da Nein sagen? Ach, der hat sein Verdeck aufgemacht. Wieso bist du tot? Oh, ich hab die Rettet Redemption-Nachricht bekommen. Die Rettet Redemption-Nachricht? Hallo, Fremder. Hast du Lust an einer kleinen Kopfgeldjagd? Es gibt mehr als genug Verbrechen da draußen. Da kriegt man so eine kleine Axt am Ende. In GTA? Ja. Ach, warte mal. Wir müssen ja gucken. Oh, scheiße. Der ist da oben. Okay. Ach, der fährt weg. Ja, ja. Der fährt weg. Wir müssen jetzt gleich auf die Scharniere schießen. Und dann gibt's richtig Action. Währenddessen lehne ich mich zurück und genieße weiterhin den Schweiß. Ich werde einfach auch CEO. So. Werd auch CEO, Zombie. Oh, dann ist der Gegner oder der CEO. Muss uns aufhalten. Oh, ja. Zombie. Geh runter von meinem Motorrad. Okay. Nein. So war das nicht gemeint. Sacktod. Warte, ich kann dich doch... Aber ich kann ihn auch nicht ein... Ah, warte. Ich sehe da, warum. Ist derzeit nicht verfügbar. Ah, okay. Okay, ich fahr da jetzt hin, Leute. Wie seid ihr denn? Wir sind oben im Norden. Du siehst mich doch. Soll ich dich dann hier lösen oder soll ich warten? Warte auf mich, bitte. Okay. Du bist echt ein gemeiner CEO. Hat mich aber nicht mehr abgeholt. Es tut mir leid, Zombie. Aber ich musste weiter. Warte. Warte, er hat denn einen Helikopter? Zolltest du das? Nimm ihn mit. Komm. Und dann bin ich sofort da, Freunde. Oh, oh. Wie schnell ist denn dieser LKW? Ich radel hier richtig schön längs. Okay, Maudato, wir machen das gleich, okay? Ja, ich freue mich. Ja, sehr gut. Zombie fährt einfach ohne mich. Ah, da vorne. Okay, Pedissel zielt. Okay, drücke er, um die Kamera zu... Ah, hier unten. Scharnier 1. Scharnier 2. Jawoll. Oh Gott. Oh Gott. Au. Ich glaube, das Auto sollten wir mitnehmen, oder? Oder sagen wir weiterfeuer. Äh, wir sollten ja wahrscheinlich weiterfeuer. Ich schieße auf die Scharnier. Ah, die obere Rampe. Scheiße, das Auto ist abgeschlossen. Bitte bleiben Sie, komm. Ja, ja, fahr eben weiter hinterher. Ich wurde ein bisschen attackiert hier. Ja, ich baut auf dich. Okay, danke. Das ist ja Lord Zombie. Nein! Wir müssen Zombie aufhalten. Er ist, glaube ich, nicht ganz so nett. Ich habe keinen Auftrag, das kaputt zu machen. Keine Sorge. Ach so, okay. Ja, er kriegt kein Geld dafür. Dann macht er es auch nicht. Ja, richtig. Ja, stimmt. Ich war auch schon lange da, wenn es immer mich mit Kunna mitte. Die, das Geld von Bums sparen und bringen es zum Übergabeort. Was? Okay, die oberen Scharniere. Jawoll, Radar drauf! Zack, da fällt der nächste. Ist das der? Nee, nee, nee. Wir müssen wahrscheinlich alle. Aber das Auto sah schön aus. Warte, ich will es haben. Warte, nee, der ist abgeschlossen. Vorsicht! Ich krieg, ich krieg den. Ja, ja, krieg den mal. Bitte. Zack! Oh, nein. Und das nächste. Oh, Alter. Da, steal ihn Stafford. Ach, den. Da ist es. Den, den brauchen wir. Alter. Das ist eine geile Kache. Ja? Steig ein. English Stave ruft wieder an. Ja, bringt ihn rüber zum Flughafen in London. Oh, ich darf wohl nicht rein. Ach so. Oh. Ja, schade. Tschüss zum, äh, Maudado. Wow. Was denn? Jetzt verwechselt sie ihn schon. Ja, tut mir leid. Ich darf zum Day sein. Ah, ich muss erst mal die Cops absch... Oh, der kann doch Lester anrufen. Ja. Ja. Guck mal, wer hinter euch ist. Was denn? Nach all den Jahren. Ich bin wieder bei euch. Mermen, let's play. Mermen? Mermen? Mermen, let's play. Mermen, Mermen, let's play. Mermen, Mermen, let's play. Oh, scheiße, die Polizei. Oh, Mist. Ich halte die aus. Ja, sehr gut. Mach sie platt. Hallo, Mermen. Wie geht's dir? Mermen? Mermen? Ja. Sag mal, warum schießt du auf mich? Nein, nein, ich schieße auf die Polizei. Das ist ein Fahrrad... Ne, Motorradfahrer. Oh, ich muss jetzt ganz nach hier unten. Au, Mermen, Mermen. Hilf dir doch. Äh, ja, guck, ich halte die aus. Danke. Hast du gerade auf mein Reifen geschossen? Das ist Teamwork. Hey, hör auf mein Auto. Du hast da auf mein Reifen geschossen. Ich hab mich auf deinen Reifen geschossen. Das ist Teamwork. Au. Aua. Was soll das? Zombie, Zombie. Wir können doch alles drehen. Hörst dich aus. Naja, geht, ne? Hi, Jungs. Oh, Gott. Nein, das ist nicht. Er ist dazwischen. Was? Nein, Mermen. Alter, das will ich nennen ernst. Ich komme nie mehr raus. Sorry, Mermen. Okay, ich kann AFK. Ich kann dich gar nicht mitnehmen, aber nur in dem Helikopter, glaube ich. Hi, Mordado. Ich probiere es gerne einmal. Wo bist du? Ja, bist du? Alter. Nein, ich habe keine Muni. Ja, mich überholst du nicht. Kannst du aber gerne probieren. Ja, oder? Ich werde hier gemobbt. Oh, nein. Ja. Ich fahre noch eine Rakete nach links. Oh, nein. Dieses Auto. Hat das ein Lebensbein oder sowas? Nee. Ich soll jetzt nur die beiden vom Flughafen abholen. Ja, sechs Kilometer. Alter. Ja, bei mir sind es noch 4,8. Du bist so weit schon wieder weg. Ja. Äh, ich mach das Mutterrad, Manu. Mit dem geht's noch schneller. Nee, bin ich nicht. Ich will zurücklehnen. Einfach mal die Beine hochlegen. Ja, von wer war das die perfekte Impression? Oh, das ist der Spritzige. Ja, das ist der Spritzige. Der Ehrenbruder. Oh Gott, Maldado. Oh Gott. Liebste? Oh, oh. Ich hör einfach nur Explosion. Was passiert da? Ja, hier ist irgendwie so ein Militärcamp, wo ich Leute ausschalten soll. Ich verstehe es auch nicht, aber ich mache einfach. Geld macht er alles. Der ist echt. Noch zwei Gegner und ich hab's. Ja, ich bin so stolz auf dich. Noch einer. Ist der nach vorne? Der erste. Hallede, bist du das? Äh. Ich bin mich gerade so schnell unterwegs, dass ich die Maschine noch reinhole. Oh Gott, Maldado. Oh Gott, wieso lauft denn der? Oh Gott. Oh Gott, ich hab den, glaube ich, angefahren. Ja, ich hab den einen auch leicht touchiert. Nennen wir es einfach mal so. Hey, jetzt kommen hier Helikopter, die mich angreifen. Was mache ich hier? Ich hole jetzt Tale of Us vom Flughafen ab. Ich bin jetzt auch direkt da. Hallo, Tale of Us. Kommen Sie rin. 100.000 Dollar hab ich für euch bezahlt. Mal gucken, wie die aussehen. Da ist der komische Engländer wieder. Wusstet ihr, dass es diesen Solomon wirklich gibt? Die Prima Donners sind noch nicht da. Ich glaube, die ganzen DJs gibt es wirklich. Ach krass. Oh, da kommen sie. Oh, ja. Da ist das Auto. Ja, ja, schnell organisiert. Junge, ich musste dafür weit reisen. Das war echt weit. Das war wirklich skandalös. Gib dem Gaul die Peitsche. Oh, ja, das mach ich. Meinst du mich? Ja, du bist auch ein kleiner Gaul. Ich hab die nettesten GTA-Spieler der Welt gefunden. Was? Die wurden zwei Frachten abgeworfen. Die haben mich eine nehmen lassen und haben selber eine genommen. Und jetzt fahren wir getrennte Wege. Oh, das ist wirklich nett. Ich glaub, du lügst. Solche Leute gibt's nicht in GTA. Tut mir leid, Zombie. Ich bin auch komplett überrascht. Die haben mir geholfen mit den Helikoptern. Warte, ist das da? Warte, bist du hier neben mir? Ich bin am Flughafen. Ah, ja, ich auch. Hier, warte, ich fliege nicht rein. Bist du deinem riesigen Flugzeug? Ja, ja. Ich fliege nicht rein, okay? Nein, bitte nicht. Nee, stimmt. Sollten wir nicht tun. Ja, nee. Das war wirklich so eine lange Mission. Ja, dann mach ich. Nein. Bitte nicht, Menil. Ich bitte dich wirklich um großes Super-Ehrenwort, okay? Vor allen Dingen ist da auch... Oh Gott, nein! Nein! Oh nein, Maudado schießt auf dich! Leute, was hab ich euch getan? Ich bin doch nur ein armer, kleiner Nachtclubbesitzer. Ja, lande mal da. Das bin ich einfach nur ein riesiges... Oh, du bist... Du bist wirklich gelandet. Klar. Alter. Oh, Dado, nein. Hey, du hast gesagt, ich hab auch gelandet. Nein, Maudado, nein. Vorsichtig. Klipp, was? Vorsichtig. Ich bin kurz an euch vorbeigefahren. Und jetzt ich. Oh nein, er raucht. Er raucht. Tschüss, Jungs. Ich flieg zu dir, Palette. Ich flieg zu dir. Ja, ja, flieg mal zu mir. Alles klar. Geschöpft das. Schnell hier rein. Schnell hier rein. Ja, ich hab's geschafft. Warum? Und wir gehen rein in den Club. Jawohl, jetzt könnt ihr mich alle mal... Bestanden. Oh, ist das schön. Ah, yes. Ich hab was erreicht. Das Flugzeug fliegt noch, ne? Obwohl es gebrannt hat. Und immer noch brennt. Bei mir passiert nix mehr. Hast du auch ein Black-Screen? Ja. Hast du ein Schwarz-O-Noten verlassen? Leute, die loben? Ja. Ah, jetzt Ladevorgang. Du hast Konkurrenzkampfgüter abgeliefert. Bist du nicht vorbei? Hallo? Hey, du hast es aufgelöst? Ja! Party all the time! Party all the time! Da ist Solo Moon, der wird abgelöst von den anderen DJs. So, Leute, das war's mit der heutigen Folge von GTA 5 Online. Lasst ne Bewertung da, schaut bei German Let's Play, Zombie und Naughtado vorbei. Und habt alle noch einen schutzigen Tag. Haut rein! Ciao, ciao!